Das ist die Beziehung mit Gott im Gebet. Wie kann es sein, die Gemeinschaft mit Gott im Gebet. Und wie kann es sein, die Freundschaft mit Gott im Gebet. Verschiedene Dinge, die wir finden können und die wir wirklich dicht in Gemeinschaft haben können mit Gott. Es ist wundervoll, nicht zu sagen, was Gott eingereicht hat mit so einem Dingen, die wir nicht können sein können mit unseren Jungen und doch leben. Und wir dürfen nicht twiwelen über das, was wir leben. Das ist eine Sicherheit, an was wir machen, was passieren wird. Das scheint manchmal so ein bisschen zu erklären, für solche Menschen, die nichts vom Rückgottes verstehen können. Und das ist ein natürlicher Mensch, ein fleischlicher Mensch. So, wir brauchen wir jästlich zu denken. Wir brauchen uns loszuloten von dieser Natur, so ist das hier aus, und wir brauchen uns nicht zu looten. Diese Staub soll uns besonders halten, dass wir wirklich die Dich-Bee-Gemeinschaft feuer und wenigstunden im Dach mit Gott gerne haben. So ein Mensch würde es sein, was kostet das, du musst dich nochmal schaufen gehen. Oder du hast dich die natürliche Kärpe zu Boden, rein zu merken. All diese verschiedene Dinge, was kostet die Tiet- oder Tietbrücken, zu mit Gott zu sein. Was tun wir dann? Nehmen wir uns dann mal schmaler Stahlen und denken dann an andere Wege, oder wenn wir Gott mal breiter Stahlen machen wir einmal allmachtig, immer alles. Hier sind ein paar Wege, wo wir können einander denken. Wahrheit, was er bei dir ist. Wir brauchen ihn zu verstehen, dass er so kleinkt ist, worden uns weit rumhaft. Und er ist so klein, dass er sogar mit meinen Gedanken zu passt. Der andere Wege, er ist so groß, was wir allmählich begreift haben. So, das war so eine Sache, was ein natürlicher Mensch nicht weiß, von was er redet. Denn ich habe gedacht, wie er an dieser Klasse reitmärken, mit was von Menschen will ich reden, mit was von Menschen sollen das hören. Aber weißt du was, wir haben alle Worte von der Gäsele. Ein Dank, dass wir Weltmenschen sind, oder nicht. Wir haben da was Bähne, was wir weiter da essen. Wir verstehen das nicht. Und das wird er wieder von Reden tun. Der Hauptpunkt von dieser Klasse, der 12. Staubhundel, sie haben wirklich dort zu leben, was wir nicht aufhören, gerät. Und dieser letzte Staub soll uns endlich mehr haben, als alle anderen. Aber das ist, was wir sind. Ich sage manchmal, wenn wir können per Santebrücken an uns leben, dann würde ich sagen, ein derchener Mensch lebt 90% fleischlich. Und sogar wir aus Christen, wie wir das Haus tun, dort wir leben in der Geradste Port fleischlich. Und wenn ich nicht sage, die teuflische Macht vom Fleisch, ich sage natürlich, dass wir das verstehen können. Aber hier ist ein 10%, wo wir immer ein 10% verspreiden, 24 Stunden nach, dann hast du das alle Tüge durch. Bloß ein Beispiel. Aber wenn wir wirklich das Leben haben, dass wir dort klar haben, weil wir dort nicht zu widelhaftig haben, so ein seien, wenn wir alle sieben Tage nur die Tüge fahren, hier in der Bautschaft, dort ist nur für uns. Und er sagt mal zu mir, wenn er dort lebt, dort regt Tau, wir brauchen nicht mal eine Bibel lesen, an der Weg. Ich bleibe sicher, dort regt Tau, weil wir dort nicht können. Ja, er trägt in Russland, dann ist die Verfolgung, da wir, die Kommunisten, die können nicht, die hören nicht in der Bibel, und dort regt Tau. Und da werden wir von da und von hier hören, wo verschieden wir keine connecten mit diesen himmlischen Vora, wo verschieden wir keine Wehe haben, dass wir wirklich leben haben. Ich will hier nicht in der Mozart, wo wir können du das in der Bibelbuch lesen, und ich da gerutscht 10% und 90% oder somebody sagt, du musst 100% an Gott sein. Ja, ich will meinen natürlich leben, 100% an Gott nicht leid. Das will ich. Aber wenn ich an mein Kulte wird schaaf, und ich schaust die Ausschröven da, dann denke ich vielmehr an die Mitte, wo ich dann abdrehe, jo, zie ich dann wo ich in Christ. Mein Ziel ist, wo es zu tun, wo es zu sehen ist, und wo es zu brüch, wie es verstaunt. Das ist, was ich nicht erkläre, weil. Anst Gott ist ein Leif tol, ja Gott. Die hat uns natürlich gemerkt, die hat uns zeilig gemerkt, und dann hat er das jeselige Leben für uns auch gemerkt. Und dann diese Leif zu leben ist wundervoll. Er hat die ganze Welt gemerkt, und er hat ein Plan für uns alle. Und weißt ihr was, er hat sogar seine Seine geschickt, was die Transformer ist, wo ihr weißt, von der zweite Klasse, der zweite Staub, hat er das Bild von den Transformer, Brücke, wo wir das vier nehmen. Die gewalt die Krof, die große Lein, das schien zu uns schwachen und die Menschen sind nicht begrüben. Gott selbst weiß. Er hat uns hier auf dieser Welt gesagt, wo wir an diesem Mot verstehen können. Er hat auf dieser Welt eine Tide gesagt. Wie nan dort wird Tide? Wir checken nur Tide. Tiene über einen. Wie weit er dann ran die Tide auf? So es hat abgelehnt und uns scherper. Wir checken nur Tide. In Bibel sagt es sogar 70 oder 80 Jahre. Dort ist eine Tide. Dort weiß Gott, wir ewig nicht begrüben können. Aber Jesus schreckt das Transformer, dass wir diese Gemeinschaft haben an dieser Tide sind. Dass wir dort begrüben können, dass das Wort noch ewig drehen ist. Und das Wort an dieser Tide an ist. Und hier ist wie wir die Gemeinschaft kennen. Dort ist nicht unbedingt alle mit Tüten verbunden, das es in der Bibel sagt. Hier ist noch etwas, was wir mit das zu tun haben. So ist es mit vielen von den Dingen, was wir schaffen tun. Und es schaffen anders am Geschenk, als wir natürlich denken. So wir brauchen wie an zu denken, das wird was Geschenk jetzt sein. Und das wird geschenk, sogar die Welt geliebt an Geschenk. Gott ist ein Geschenk. Das ist ein anderer Geschenk. Weit ihr, das Geschenk, was dort kommt, das produziert Angst. Gott hat ein anderer Geschenk. Dort produziert Gelotenheit. So hier müssen wir denken, dass Gott ist ein Geschenk, und Gott ist so ein Geschenk. Gott ist ein Geschenk. Aber lieber Vater, er hat uns gelotenheit. Wenn wir in type Sinde sind, und wir waren immer ein Koma um Licht, dann passiert was in Mons. Ich glaube, all die haben das erfahren. So hier müssen wir nun rechte Wahrheit checken, wer Gott ist, wo wir Gemeinschaft kennen. Das wollen wir meine Lehre wählen. Gott ist ein Geschenk. Er hat die ganze Natur gemerkt. Er hat uns sharper gemerkt. Und er hat die ganze Gefühle gemerkt. Er hat auch gemerkt, dass wir feilen können. Und was wir in dieser Klasse erlebt haben, in dieser feier Fächer, wo er sagt, er ist fleischlich, er ist natürlich, er ist seilisch und er ist gestrich. So das hat für alle geplant, dort weite alle. Daher wenig haben wir, sorry, in der Hause ich nicht, wollen wir anzweiten. Die Sache ist weit, wie wir anzweiten. Ja, wir haben, dort wollen wir anzweiten lernen. Er ist wunderbar, er hat es erschaffen. Und in dieser Sache wollen wir von dem und dem Beste lernen, wo wir anzweiten lernen, wo redt er zu uns, oder wo redt wir zu einem. Die Gemeinschaft ist am der Hauptsache, ja. Der Gemeinschaft wird in den Garten ein, dort ging, starf, derich wird Adam und einfach entschädigt werden. Und der Gemeinschaft ist bei uns zwei mit einem, derich, wer wir sind. Aber er hat diese Gelegenheit auch gemerkt, dass diese Gemeinschaft war ganz, vor vollem Kontakt soll kommen. Ich will nicht sagen, dass die vollkommen wird sein, aber wir anzweiten wollen, da wird die vollkommen sein. Aber wir können an die vollkommenheit, derich dem Transformer, derich von den Kroftbrücken, da ist der ewige Kroft, da ist der ewige, wertvolle Gott, derich hier auf dieser Ede, derich Jesus Christus, den Storfen von uns, der nicht mehr an uns gebungen hat. Und das ist, was eine Gemeinschaft gibt. Das ist, was Gott hat aufgemacht, dass wir keine Gemeinschaft haben. Aber wir brauchen jäßlich zu denken. Kann wir jäßlich denken? Ja, wir können. Wenn wir uns wirklich nicht mehr tun, was hier an uns passiert ist, und das hat hier geblieben, wenn du was Gott fing in einem jäßlich gesagt, wo jäßt ihr dann secken, bitte nur die Stirn zu checken, dort irgendwo hängen ja es Gott, dass something, ich weiß nicht, ich weiß nicht, in der Wort hat es ist, aber irgendetwas kann das sein, und das würde ich mit Haar beten, das würde ich mit noch knacken. Das ist ein Wachstum denken, aber doch ziemlich natürlich. Wenn du wirklich was jäßlich denken, dann jäßt ihr dich selbst. Was nennen? Du hast dich bei einem Gäßtum. Wo hast du? Wo tust du dich? Gottes Stemm, zu verstehen, bräck wie auch, zu verstehen, dass er jäßlich reden wird. So, dort, du bräck wie jäßlich zu denken, um dort an unsere Gedanken jäßlich können reden. Das wird denken, in jäßt. Jäßt, es sei ja dich taub. Du kannst nicht jäßlich wahren, ohne dort deine Gedanken jäßlich drehen. Wenn er sagt, in Hebräer feier, wo er sagt, dass Gott sich in Wut des Schoppers in zwei Schnittes schwitert, kann das Seilen jäßt nicht eindeilen. Dort, da, wie man an unsere Gedanken, am jäßt uns nennen loten, da, wo man einmal käy, wie diese Dinge kriegen. So, hier sind viele Dinge, wo wir an denken können, wor ist jäßlich? Da reden wir von, an das eigene Leben an. An das eigene Leben, mag wir an uns hoort, wann wir bedrekt feilen. Nu, wir haben ein Klima von Jefeilen reden. Ich habe hier ein Bild, wo ich war, dass ich Jefeilen habe aufgemacht. Wir kennen feilen, und das ist ein wertvolles Ding. Aber hier, dass jäßlich geprägt ist, was wir am Glauben moeten tunen, was da vorster ist, als bloß an sie gefeilen. Wenn sie gefeilen, die wurden auch gedreven von der Teuflische Macht. Wir kennen an die andere Kraft, an die Knecht sehnen, wort nicht von des Transformers, die haben von der Allmache gekroft, und die daten zu kontrollen, mit Jefeilen. Wir sind sogar, so am Goudi Jefeilen, so wie vleischlich nahmen, wort der Teufl uns geeft. So, und passiert da. Aber, die Goudi Jefeile, die haben eine Neufolje von Angst. Die haben eine Neufolje von Zorn, von verschiedensten Dingen, kommen ab, die. Hier braucht wir diese Jefeile zu sehen, wort der Stempel, wort es sagt, sie haben die Geist von Frieden, sie haben die Geist von Frieden, sie haben die Geist von Geduld. So, die Goudi Jefeile müssen wir sehen, und dass das Zandjaf, braucht es zu bleiben, kann das hier tekenen, die ein Glauben-Level, muss ich sein. Ich weiß, dass ich mich jetzt nicht schein, wenn ich diese Hof bezogen kann sein, aber ich habe mich jetzt schütten, nachverfallen, und ich habe mich jetzt das Goud. Jetzt muss ich alles schwere los. Ich soll nicht mit meinen Tingen, ich soll nicht mit meinen Frü, und ich soll nicht mit meinen Ohms was mich immer getrubbelt haben. Und ich habe es schon ein. Was passiert hingeht dort? Und dort brauchst du die selbst zu gehen. Du weißt, wenn dort ist Ewa jetzt, die Bethebung wahr jetzt, dort kommt nicht die andere Lode auf dich ab. Dort fehlst du nicht nach, dass du viel und eine schreckliche Beise macht. Dort kommt viel. Du kommst dort. Und weißt du was? Dann sägst du noch was anderes. Und du kommst dort im Glauben-Kriegen. Gott sagt, ich will meinen Sehen schicken. Und er sagt in einem Rache. Dort, er schickt nicht so ein Jesus, was so ein kanechtischer Jesus ist dort. Und dort ist, wo wir gerne nur sägen. Und Gott ist eine Kraft, eine Qual von einer Kraft. Das ist mir interessant. Wenn du dich selbst wirst sägen, in dieser Gemeinschaft, du kommst am Finger aus, in der Gewalt gekauft, wo er alles machthaft. Und das habe ich in der Klasse heute gehört. Wo ist die Gemeinschaft? Das ist mir wichtig, dass wir die Kraft brauchen können. Das ist mir wichtig, dass diese Kraft funktionierend hat. Weißt du was? Wir müssen uns aufmerken, dass wir die Kraft checken. Und hier sind viele Dinge, die wir gleich wollen, um uns zu setzen und zu lernen. Und naja, wir hören das, das ist eine Kraft, dass was wir dann doch wollen, so sein, was muss sein, ob das passiert. Und das sind viele Menschen, die wollen mal sein, ob das passiert. Die beten, und naja, wollen wir mal ausfingen, was Gott wird tun. Das ist ein Ausfingen, das ist eine Lotterie, zuipen. So werden viele Menschen beten. Die spenden da mal ein bisschen Zeit, und lauen die Lotterie, und dann wollen wir ausfingen, auf Gott, wie soll ich gewinnen oder nicht. Weißt du, das ist ein nicht vieles Glauben, was wir haben. Und das ist nicht ein aktiver Glauben. Das ist ein Glauben. Ich sage mal, wir glauben an das eine Böck, aber wir leben auch nicht im Hord. Das Böck ist Wahrheit, soll wir sagen. Gottes Wort ist Wahrheit. Aber die Wahrheit passiert nicht in uns. Das bewegt nicht. Das Glauben, das ist ein Ding, das ist ein Ding, wo es bräckend hat, das ist ein Gemeinschaft mit Gott. Wir bräckend, in der Hoffnung glauben, das wirklich wie action nehmen hat. Also, Gott ist ein Jaes, das ist sehr wichtig, aber ich war es heißer persönlich. Und ich will, und ich will, und das verstehe alle, an zu leben Gott, wo wir keine Gemeinschaft mit haben, wie kann es uns ein Freund in Gemeinschaft haben. Und hast du einen Freund, wo du wirklich noch bist, und du gleichst ihm, du musst gleich alle Dage mit dem Taube sein, und du musst niemals mit mit dem Taube sein. Dort erbüht, die immer, wenn man mit dem Taube ist, das ist ja, dieses Schrein, die verlangt, oder eine Wahrheitheit, mit dem Taube zu sein. Und das ist ja, wie Gott in Gemeinschaft hat. Aber weet ihr was, wenn du bloß zönde ist, bei dein Freund, wo lang ist das ein Freund? Wie hat ihr eerst, wenn ihr sagt, das sind Geld-Frienden. Solange ich Geld anhole, dann ist das mein Freund. Aber wenn ich mal einmal Geld fehlt, dann habe ich keine Freund. So sei ihr viel drinker. Das sind Alkohol-Frienden. Für Alkohol haben sie immer Geld, aber viel das Wort, dann haben wir nicht. Gott ist ein persönlicher Gott, der kostet ihn mit Freund, stark hart. So ist es, dass wir mit dem Glauben Freund sein, mit Gott, und haben sicher ein Wort von Weibh, wie ich eine Freund sein muss. Das sind Geheimnisse, was in der Bibel sagt, wo eine große Riktum ist, was wir genießen können, wann wir wirklich im Glauben annehmen. Und hier sind wir viel nur als Freund, nicht ganz drüht zu haben. Wenn du wirst mit dein Freund, was du hast, die Noah-Friend, ich bin so wirst, wenn du manchmal mit Gott bist, der wird niemals vor der Hand kommen. Denk doch an. Du musst jästlich denken, wir sind so viel, mit Gott, help me. Ich habe gebeten, ich weiß, er help me. Aber wenn du sie hier waren, ich weiß nicht, wie Gott ist. Ich sehe dem, und er ist eigentlich nur strikt. Ich habe der Heiligen Gott, so hast du von ein Tag bei den nächsten, wann er mit meinen Freund so wirst, er wird vorgekommen von uns. Gott hat nicht. Er bleibt da. Aber vielmals ist es so, dass uns Freund mit Gott, weil wir mit unseren Jahren und Jahren verstohlen können. Dann fingen wir ihn nicht. Dann denken wir, wir sind jetzt aber aufhört. Weißt du was? Der haftet dann, dass wir uns haben, der Regierdreht noch an. Wir checken, waren natürlich wie Brücke, gläubig, jästlich zu checken, um das, wie wir ihn fingen können. Gott, seine gerätste Sehnsucht hat uns Gemeinschaft. Er verlangt, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und weißt du was? Der ist niemals so feilig Gott, was doll war, nehmt die. Wens, hy haft die gemacht, hy weid, worum die das er geht. Hy versteht uns ganz gerade, wann wie man einmal ein Tag, oder in die Week, oder in die Monat, zäkenen, 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 naam. Und am jäthert, ek stahl mir ein Bildver, von Gott jäthert, manchmal so wie man an seine Freund tun. Gott ist uns Freund, hy leift uns. hy weid uns niemals täuschen, of hy dead, manchmal, hy sind so neu, hy weid, dass wir wirklich am gleichen. Hy laat uns manchmal natürlich denken, wat passiert? Platschlich, hier wo ab. Wie sind hostig, reitem Aufschlitten. Hy leift uns veel Dollar, als wir unjärn, wo er daunen, ob er ans schient et so, manchmal dat hisenstet. So seht man, wie krank worden, da man einmal schient et so, ek sei krank, worum? En ek war nicht gesund, goh na perle in alle haunt, en da will nicht andre. Prager, Gott, Gott, wat wirst du? Ha, hy sag nuscht. Gott, koste min ich gesund, my akken, hy dead nich. Nen sei wie akbar, wat doa niemals ware, dat schof nich. Aber Gott is uns a goat. Hy weet hat, dat je deipe heimer ans jäht, je wider verstuviam. Wie brücken van onze natuurlige tjaars jeslich nentegoon. Hier ha ek ein Bild, wat we alle brücken aus dem Biespel. Wie kenne God annehmen, sest dis a dat, dort wie boven de waltje. Dort, wo Jezus is han je forn. Noem Himmel, dat zäht de Bibel sest tot. Wo em de Himmel is, ek kon jen dat nich erklairen, ob de Bibel zäht van de boven, traacht nu da, wo de boven is, wo Jezus is, sest begotten stet en fons. So waarschijnlich is he dort irgendwo boven, boven de waltje, stel e so fair, en do stet hier an, be god vons. So dit is in wach, wo wie beden chern, dass ni schmer do reich, wo es noch ein wach, in des selsia kapitel, wo er zäht, traacht nu dat, wo dat boven is, wo Christus is, ne reichte gattes, en stet an vons, die dreide verse zägt, wie zänt verborgen mod Christus an god. Dort is dit jas. Wie hat twee we van däntje, on die olemacht, dat gott is dort boven der ganze walt, he kon die menschen in der andere sied walt krak so fein dicht bie sen, as ons hier, en dan has an god wat krak hier, en mein hoort wohnt, wo jesus christus stet an vorn me begott. Desem wa ich habe jemeinschap ha. En dat to verstohnen, as ons nicht däntlich, wahn wie in a lauf n chikken, wo as gott, ob dat brok wie an ons te fingen. Du koos an die seken, en hier wel wie jeslich nan den. Geht ha wie a verschiedene wey do an an dänken, wo dat is. Du koos wirklich mo anfangen te dänken, wo dat gott hier. Wat passiert an me, wahn egne fred ha. Wat passiert an me, wahn egne angst ha. an an dat wo gottes ne wat he sagt, wat all dat in einschaden teit, dien je vele dat in einschaden, dien san en dine gedanken dat in einschaden, dat koos du ook doen, dat koos du met de hand chri, die kraft chrisch du. Do die ma an war an wahn wahn ik dit dänken do, dan moeik ik gott wiet of ober wahn ik dit dänken do, dan tjammt he dicht däbi, dan belewe ik am. Wahn ik mijn hout opmerk te menschen, dan me een mot jaf dat he in fred. En weet je wat die jelijn het af gott en sje geef dat wie dag voor dag tjenne met menschen top zijn wie tjenne do am ma ware gottes wonder zijn wie maak dat zoveel mool wahn die in onze stoene en kom met an roer en dan sei ik se gans verloor en feng mi bloes goecht traag en seg en en sa is dat as bij mij am zo wahn wahn we schon fang to frauen en seg die mol salz as dat am so nee laat dat wie beten en nan kobe schroepen ok wie gaat door ja wie ja wahn is wat alle waag wahn is wat alle waag na schien ze totalt nis wat dat geworden is en wahn we dan vertalen en reden dan maar einmal dat op dat is een andere geveelen hier zijn vrede ben wat ik schatzen do hier leven ben dat dat maak ik dat anders wat passiert as God bloes doort miljoen mil of or een andere ziet walt hij is tot dit moment hier en bewies zich aan die dit geheimnis zegt im testament dit geheimnis is groot van die almaage kraft gottes waar we werkelijk kan ompaken in leven dat bruk wie te ziken we bruk ons de hand te drehen wo dat is en we don a veel maal drehen we ons no de trubels ha ha hier nog een bild dit bild ha je ea gesein en hab op de andere klasse gehad dit is wat we zeer hast die reit zijn te doen wan we fleischlich denken we hebben jester eur feijewer x en klare gebet her gehad van doge stoik in tjeck na mine grote trubbels dat wat zeer feelt bij ons passiert weet je wat ik wil je dat nog zei god weet waarom hij versteht ons want doge maar waarom aan dien trubbel bas en tjeck se dat is all schraag licht groot ik weet me niet met dat dat is aller treng wat ik geschloss we god weet waarom god is dan nog hier gans dicht bij die hij is da gans te rijden met zine hand en dan prager stil god help me mal los en du fan so te feit en ik weet want het is de video dan zie morgen nog veel oeer mijn vielen neven over hond dat is een walt van mij dat is wat pas hier net god weet krak waarom hij zegt dan waar gans geloten mijn zins is nou die mij verlangt nou die ik wil met die munch af dret die bloes moe om ik zie hier en zo je hebt bijzonders zet je hier gaan wou waar ik stoent want ik betes hier dat zo'n angst op kemp god weet en ik zei me dank dat hij die angst nie ont kemp en vijf nou god kon met die dret die avond denk aan die momente wo dure nacht ons hengt op vor dure duren en wo dit is in zout en fred in die wat in jreis we have dommel hand check dat is wo god ass dret die wach van dat ou jreis erleben en dret die nou god dat wat hij sain dat dan kost die wach dren check himal door hand wer die help wo wie stuur banen ja check wo wisch die banen wo best die nu ne west die ware treng nur dat checken nur dat alle leven dat karek wat de teufel dat peicht alt dan zain am check himal wat dat die dollar wat dat dat dollar en wo kost die dan nicht do en du was ware nicht kano man is bitte was so dat die ans wat bitte sind we klump all that up en hees dat geheimnis die gemeenschaf beaam te hoelen waar we arm in my ogen die gecheck van peitres wat je weet dan zei do even motor vore dan jesus stop in wo dat jeng dan zacht je peitres sei bloes ex al komer am wat jokomen hij kikt no jesus en weet je dat schoft hij stop dit in bot ruten jengt op ik zei dat een mens wat graag dit passier en dat want maar eenmaal dat op dacht do as jesus en dat check ik aan dan vallen onze trubels rein alle los en we gaan hem uit die weer en zo zing weer af en weet je wat die tjane in te te vel verstaan dat is ook voor het hij leeg wat het waar het dat hij leeg en die stet dan lacht check hem om me en dat wat hij dan zegt dat waar het bij te stet check hem wat ik kan doen en met deze wale bloes boom en best dan wo daar war er so is wo seine je was dat is wat de to felfel dat en wanne we in slote de hand drehen dat we raf plumpsen dan hab ik dink wat we draak teana mar am connectan woer am des to eon to me ac to baed an or a desk gwaith sam daun gwaith act do je brook gwaith wak an ooza gwaith me woer am ik dat do wens wanne ex stit stoo an baed an ex saith oor to fall flie an or an cem ter baan like on that wanne ik de u to me ak dat jaf me nie jelen het dor hante dink en hier hante dink so as it some manche kass en manche jahot an so of is dat fauna rung bin beden en de da is moe phone on puten he moes in jonge say what he done so ball wach wab he for he ho and he we wieder beden w w dott is na sted wo we feal moe god nich fing we brocken berg like am an ons to seken dat wie duch dat gebet aber lieber vater moe ken chan wens hoi as is dat sin geheimnis an de all ma che kauf nan to komen en dat brock me te seken en wami dat seken dun gebet matthias 7 versal wat zacht dat wie vodash wat werkelijk nich goud sind wir sind arg zacht dit jo wie channe an se channe goud go we geven woveel meia wat die himmlische voder ons go we geven van wie arm vreo ges ware deze je mens van voren wie arm vreo nd en wie checke nich mo na arm wie checke bloß na ans trubbel dan regt her dat han abe wie nema dat nich wie maud dat nich bestem te far so klo biet dat zacht in der mensch vernämt nisch vorm reik gottes wie channe go ich an vernehmen en dat zwo er mag juh und to melk es wens aquel de natural je to switch dat zacht in de bibel in testament zacht jesus wie zahle an ans kamerlein an gonne in de to schlitten en hier as en saia de pa wiet in dat ware os die ue to merkst oder nich is nicht de fall dat as dem hod bi an bas oder nich dat is de ungescheid want die dat fehlt an die ue op melken got te sein im gebet was all machtige es word van de schmack bein he melkt wo die menschen alle in ordning lewe do 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 die tiere alle kregen got sin well do 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 god preisen do 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 hast die ue op wo die was weiklich mool an and gebet had was am jes am ert an en wo he van sin de leven an sa frie gemelkt en wo hans kreof geeft over die all ma or nicht all ma die schwore kreof am teufel da man einmal speter du mool ue to jes in stuf gen en schlitz der to en hier wa we a bit in time ha wo do we dot bet is an wiche ding dat we wiklich am time bly dat w ons dan nan lot do en an an stuf gen an go an hier san pa ding wik 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 an an as wan we am stuf gen go an dan wail we n dis mat n wien san ha we dem do witte los lot n as bie an so a do pa wirt wot wien schraff vell von fingen we have am all de problem wun du wiklich wirst mat gott jemeinschaft ha du wirst am versto n chan an kors du nich all dine trubbel den n n an that man to this moment jami this trubbel here on this shelf on up to line Die allein connecte. Ich will die man wieder channelieren, wenn ich weiß, dass ich mich nicht mit der Trübel. Dann lohr ich den Trübel durch. Dann geh ich in ein Stoffchen an und schluchte der Toe. Und da ist, wie ich an mich von Gott ziehe. Und weißt du was, dann check ich nicht nur das Trübel, ich check nur Gott. Ich drehe mich mal weg von dem Trübel. Und das ist was du kostet an die Gemeinschaft, die Trübel haben. Wenn du eine schwere Sinn hast, du hast ein anderer, was ich sehr beleidigt habe. Lass du mal den schwere Sinn durchlegen, geh mal nach Gott in sich an. Wir wollen viel mehr das große Paar mit Sinn verhören, die sich nur Gott bringen und sich checken, was ich für eine Sinn habe. Das ist niemals zu vergeben. Wie gleich ein Gott zu sein, wo er mit mir steht. Wie gleich ein Arm zu erklären, wo ich fühle. Das ist was viel passiert in dem. Wenn wir wirklich eine Gemeinschaft haben, dann leid ich das mal zu sehen. Woher habe ich das? Well, Jesus sieht nie ein Bund für das Nie-Testament, das Transformer, was ich checken, da erklärt, die Sünde will ich nicht mehr. Ich denke, warum musst du dir deine Hand bringen, oh Gott, und sagen, check mal hier, wo ich vorstelle. Heißt nicht, wenn ich besorgt habe, wo die Klampe sind, lass dich doch mal liegen. Geh am Stoffchen an und red mit Gott. Mach doch mal klar, dass ich wohl nur diesen lieben Vater fingen. Wenn es, wenn ich so lange, als ich bloß nur das Klampe sind, check, dann sind mir nicht mein lieber Vater gut. Mir sind ihm nun ein Schrakel, der Errechter, was meine Hals schmiede wird. Dort, wo ich Hahn hier mit meinen Sinn. Wenn ich den nicht kann losloten, dann sehe ich an das Stiefchen, Ben, mit dem Sinn. In der Klärarm, wo ich schlaue, habe ich sie. Wenn ich viel, wenn ich weiter sage, so wie Brücke losloten. Dort, nächste Ding, wo er mit den Stiefchen angeht. Stelle, Tiet. Warte, mein Stelle, Tiet. Löt mal deine Arbeit los, dass du nicht daunen. Dass Tiet für Junges und mir alles zu schaffen tüßen, die satte Hirnhorchen. Nehmt mal Stelle, Tiet, wo ihr wirklich mit Gott keine Gemeinschaft habt. Und ich hoffe, die gräbeln nicht nur alles, was du noch viel te tun. Besonders die Männer. Löt das mal ein bisschen los. Check mal weg von all diesen Troubles. Check mal weg von all den Sünden, die du getan hast. Und check mal, wer Gott ist, wo du wirklich kommst. Und es ist eine Stelle, Tiet, die mal nennenloten. Das andere Ding ist allein. Wir sind hier viel taub. Aber Gott noch mal allein. Doe mal einmal, wo ich da am Lieren-Chanen, wo er redet hat. Und weit ihr, er redet, da ich. Ich bin ein Gedanke. Doe an deine Gedanken, wenn die mal nennenloten, das, wo Gott wirklich Jesus aufgeschickt. Und du kannst dich da, wenn auf der Türl ja wach nennenloten. Dort wird zum Beispiel den sein. Wer will uns da mal nennenloten, wann wir euch allein sind. Wo dort von den, weit ihr, wo. Und wir wollen uns da, wenn deriałaht. Wo Gott ist. Und wir wollen uns da, wenn er nicht was. Was ist, wo Gott ist? Und wir wollen uns da, wenn Gott wird. Und wir wollen nicht. Ich weiß, dass du einmal verstehst, ja, dem kleinen Trouble, was ich hatte, was ich mit der Oren hatte, dass ich mich nicht beleidigt habe, dass du ein Verglück mit dem, was Jesus zu tun hat. Das kostet die Menschheit. Weißt du was? Nein, ich habe ihn. Nein, ich habe ihn in diese Farsch ankommet. Er war dem, er war windig, weht. Nein, ich habe ihn, die viele drei, und er warst du feilen, wo Gott die ganz gerade antworten würde, direkt und sage, du bist mein Kind, ich lebe dich. Wenn man mit dieser Leib, warst du dort Kameralein rüttgonen, und warst du am Schelf gonen, dann warst du kein Trouble sein. Das war ich. Da hat es ein Meer versunken, wo du im Dibsdass. Dann kannst du preisen, weißt du, dann schickst du dich nicht dahin. Kannst du nicht mal singen. Wir können nicht in Christ sein, aber ständig an unsere Troubles noch checken. Dort will ich ihnen sagen, wenn die Troubles haben, dass sie nicht gerne beten. Sie haben nicht Gebetserhierungen. Wahrscheinlich ist das, wenn sie ihnen gesagt haben, nur die Troubles gedreht. Und andere wird nicht sagen, sie haben ihnen gesagt, nur den Teufel gedreht. Wenn es euch leicht wird. Ich sage, der Teufel ist, und zum Beispiel sind die Kanzler, ja, die haft all diese Gedäuen. Wann hat die nicht keinen Fuß packen, und die Sünde, wo du bei ihnen gelebt hast, und die Ladsdähe los, und hier ist nur Gott. Dann haben die Sünde, und hält die Fähne gesagt, schick mal, was für ein schlechter Mensch du bist. Und dann sieht die, dass ich so groß bin. Und das geht nicht sehr lang, dann hat er die Bies am Stehen. Dann warst du mautlos, du warst bedreht, du kriegst Angst. Und wenn heute keine Angst umhört, und schreien, das ist alles, was es braucht, dann weiß er, dass Gott seine Leib nicht funktionieren lässt. Und das, wo viele von uns Menschen sind. Ich sage mal, das ist ein von den gerätsten Dingen, wo der Teufel, wie das die in unsere Welt schoffen hat, dem Menschsein ein Christentum, dem Menschsein eine Angst, nennt er ja, und wenn er dort kann, und wenn er bloß kann Angst, wenn es auch nicht verloren wird, wenn du ständig schickst, du wirst nicht nur in den Hallen kommen, dann hat der Teufel die lange Angst. Du warst, wo hei an hier, und wo hei an kommen wird, und wenn du nicht wirst fein sein, zu Gott, dann wirst du dahein kommen, dann schreie ich deine Angst in deine Hand, und dann drehe ich dich nur in den Hallen, und du hast ständig Angst. Du wirst nicht im Himmel, als die nicht viele, dahein bringen, wo du glaubst, was du wahr hast. Und wenn du die wahr hast, wo du nur gehst, wenn du wirklich glaubst, deine Sünde sind verjäft, dann schickst du doch gar nicht mehr an. Du verjaffst dich selbst auch, das wird viel Menschen trübelst haben, worum, ha, ach, all, ware, zungt, je dohnen. Das ist, was viel mehr heißt. Ich sehe dich doch an Christ, und ich glaube dich doch an Gott. Das ist, was die Zweifel hat. Ich will die, mal geschuldig, feile, dass du, ware, dein Fleisch gedankt hast, drehe die weg von dort, und schick noch, es gnädige Gott. Geh noch der reichte Weg, der schmalle Stich, wenn du auch auf Struck, und die noch am Säu schiet, loht er da an, schier dich jetzt fair weg. Wie worab, dass ihr nicht bloß, gleich aufrollen. Wir haben hier nicht ein, hundert Meter breiter Hebe. Wir haben hier ein schmaller Stich, wie dort ein Lichtdach, solange wir in unserem Fleisch sind, wo wir das Kampf haben. Römer 8, Vers 8 und 20, Gottes Jes wohnt an uns, und die selbst ja Jes beten für uns. So, war er noch ein Duyper, was Gott hat für uns, wo wir die Menschen kennen verliehen. Du weißt nicht mal, wo die Reich beten sollst. Aber Gott sieht, Jes, an die, was die offenbar, und wo die beten kost. Und Gottes Jes, an die, Jes, aber lieber Vater, die sagt, an die, und die steht an, begotten, er reichte. Wir können das Bild mal anders drehen. Wir können das mal so drehen, dass Gott sie in Jes, der wohnt an uns, und Jesus ist besiegt dem Jes, und steht an für mein Jes. Da habe ich alle in Ansparkeit. Und dort bin ich, wo wir uns die Krufe geeft, die durchs nicht wach ran, die durchs nicht wach kicken, die können dienen, was dort wirklich ist, was die Bibel lehrt hat. Dass das Jes, die steht an für uns, und dort kann wir mit Gemeinschaft haben. Ich habe hier eine Geschichte, die ich in Verlesen kann, wo ich dann mit der Erklärung merken, dass die Geschichte, ich selbst abgemacht, was ich beleucht habe, an unsere Arbeit, topgestalt. Hier sagt es, da wird manchmal gesagt, wir können es nicht aus ihm herausbeten. Das sei, was der Film leist, dass ich habe all so gebeten zu Gott, und ich kann es nicht in die Arme rütt beten. Das schaue ich bloß nicht sehr noch. Dann sage ich die anderen, man muss bloß sei er beten, bloß da er beten. Dann wird es schaffen. Und dann do ich noch dollar in dollar, und ich kann es bloß nicht in die Arme rütt stehen. Ich weite, dass Gott verjahf mich, ich weite, dass er auf alle Sünde betont, und alles, aber ich kann da nicht haben. Ich rege nicht haben. Wenn wir das mal nehmen. Aber was wollen wir aus ihm herausbeten, wenn er in uns wohnt? Was wirst du dort, dass Gott rütt beten, wann er hier bin, er ist? Wenn du seist, dass Gott hat mich Sünde verjift, dann denkst du, er ist dort Millionen mehr auf, und da hat er meine Sünde verjift, und ich weiß, dass ich noch mal feilen kann. Wenn du dem Glauben amdreißt, und denkst an, dass Gott hat mich verjift, hier bin, und dort ist er hier bin. Er wohnt hier bin, dort, wo diese Verjewung ge passiert ist, dann brauchst du nicht alle unter rütt beten, da hast du. Packt das an, nimm das, ja? Dann sagt er, warum nicht mal horchen, was er zu dir sagt, von uns? Gott redet auch in unsere Gedanken. Horchen mal. Gott seine Stimme, Gott seine Mühe, ist in unsere Gedanken. Da hast du nicht unbedingt dort Millionen Mühe auf. Wenn wir nach ihm horchen, wann er wirklich benen ist, an meine Gedanken, was denken meine Gedanken, horchen mal, was er denken. Wenn du bloß er denkt, ich wünsche, ich kann Gott haben, dann weißt du all, dass Gott es dir bin, wenn seine Sehnsucht es nur die, und er gibt dir diese Gedanken, dass deine Sehnsucht knackt mir an. und wenn die Jankert, Gott hat, dann nehmen das, er ist hier. Oh, was sagst du dann? Das ist ja von anderen Weich von denken. Wenn du im Gebet bist und du deine Schwierigkeit denkst, zum Beispiel, ich werde mal den Beispiel nehmen, du hast vielleicht dann sehen, was er verloren ist, oder ein Trinker ist, oder ist antreten, mit einer teuflischen Gruppe, mit einer Freundschaft, allemal so einer, die nicht Christen sind, das macht mich schwer, das macht jeder einem schwer, jeder Vater, jeder Mutter, wenn du so ein Kind hast, dass Gott was schwer hat, das ist klar, das weht Gott auf. Und er wird wirklich jetzt so viel dankbar sein, dass Gott uns das ja, wir haben Besorgnis, wir haben ein Leib. Und wenn du aufrufst, so ist Gott das schwer, uns Adam in Eifer, was ich in die Verarmung, am du dabei? Dort wird allem schwer, wir wollen alle, dass unsere Kinder seilig werden, wir wollen alle, dass die Seile seilig werden. Und diese Gedanke, jäßt du noch Gott in Bracha schon, ja? Gott, wirst du nicht mein Sehen beziehen? Gott, wirst du nicht gerne mit deinem Gehäß, mein Sehen mal tragen, das ist eigentlich ein langer Red haben, aber das heißt nicht nur, kannst du nicht mal mein Sehen im Hut anpacken. Gott, da ist ihm lebe, andere würden. Du kannst Gott das beten, dann sage ich dir wieder, aber dann schließe deine Gedanken mit deinen Bitten ein wenig und horche nach Gottes Stimme. Du kannst ihm das sein, sei ihm dort, aber dann sind wir ein bisschen steil, los das mal los, dann horche ich mit in seine Stimme. Verweile deine Gedanken mit wer Gott ist. Du sollst dir mal nennen, wenn du denkst, das brachische Gott soll mein Junge betieren, dann du mal denkst, wer ist Gott wirklich? Wenn du ein Junge saß, die in 18 Joachs, dachte, wer ist Gott? Wer ist Gott? Wie anscheinend manchmal, so ach sie mein Sehen so gaut, ich wünsche Gott wird ihm auch nochmal gaut. Dei wird ihm auch nochmal helpen. Du sollst ihm nennen, Leute, wer ist Gott wirklich? Du sollst ihm einmal was zu sein, mein prachen, meine Reden, mein alles daunen, was ich lewe in das Junge daunen habe. Es muss eine Läge von der Leih, was Gott wirklich zu ihm hat. Den verlangt, den Dollar aus me jemals haft. He haft alles je doanen, loht ihm nennen, wat Gott je doan hat, sind von mein Sehen. Das ist alles passiert. Da haben wir alle vor dich. Denk wat Gott je doanen hat. Denk mal was du mal lebst auf deine knie und prachen als Gott. Kannst du mich vergeben? Kannst du mich annehmen? Denk die doan an. hoi haf mi raad. Ek sie sind chint, da darf ik nicht twiwelen. Na mo die befallen, ah jo, mein Sehen, die ma zu goet seine eene anscheidung melken als ek. Ek kan mein Sehen nicht becieren, en ek will dem nicht becieren, wenns hoi haf de frie wohl, dem Teufel te deinen, oder got today. Dei wohl haf heise goet is akka. Denk an, wo die leefd has, wo die jong wees. Denk an, wo die dochs danst du zaast je achten joh wees. Wees vleig ook en drinken en e weld en zin. Loot die do mal naan. Best vleig verschie net eig leke leid ook der je goen. En wo veils gen ever to die tiet. Ha, she chine trouble when I gloat in hus kom I see you are right where am woy am op son. All they ding. But a dag chine would do a line must n shadow melk and do think I call me act will me say year and bet here and I call me an slot and I will bet here and day I must but do come to the hall as mean loan and I come so with that God God leave it on check and say God do veils what mean what you verlangt and when I not a hall mat then so do on me think a hall and then I think that up and say God there die way van the hall here is jack that is what passieren can go so can he and actually I do like it so I would hear in where we got to die best we have life they sell so God life didn say caract is it dead don wash tell and fang on to denken God I say I pack this young on where I can reach to her I let this young nicht los ever give die dem who I force hold and will have the soul nicht verloren go to brock we him your bed mal los to let God that is dem young sin is I will dem die ever given what am a do this with him is my goat want that brock that he in a half half dood schliet and might mon at him hospital liggen I wait to life on koste me make on the stank that I this whole thing will lot koste me brock to do life to him what you want to give not hard you what is what passieren can when you do a band a bus to make a m then think not what like the young is think what good god is ready no 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 k what would like and and what would like my young read my verlang so do do more my young read go so verlang we all you what would like and what my young read would word oh I would me so frey want they friend what they had want they might drink and they do more hand for and they and they thought them down arm and said I like the mean brother that you have you thinking about what don can God do this you don can you and can you be fall ha I can have my blows am I mean young fair right and my money news chain and start you down road I can wash me the throne and par a God do more up here me to live me year so show that is the test I wish we could have a family live have I can do before me to word I want to wie Jesus zu sein, zu meinen Sein. Ich will dort tun, wie Jesus zu sein. Wenn er in den Haus kommt, ich will im Freundlichen gehen und sagen, Ha, schein, hat es in seiner Abend, ich wünsche dir, dass du dich gut gegangen bist. Wer war nicht nach Topenbein, dass du Onkels hattest, dort ist Loth, aber die Hunger war scheinlich. Wer war bloß mal set und vertal. Was du da hast, wo Gott wird, wo du kommst. Wir brauchen uns weg zu drehen von der Schwere, was wir haben dort können, die in Sein sind. Aber Gott will, wie sie alle anz und siehne, wo er am Sly mit dem haben dort übergeben. Du hast, wo wir keine Gemeinschaft haben. Weißt du was? Das braucht Glauben. Wir brauchen jeslich zu denken. Wir können nicht bloß zu denken, mein Junge, der soll nicht abhier. So haben wir die daune dort. Wir wollen ihn mal am Zentrum herbringen. Wir wollen ihn in die Gefängnis herbringen. Der muss sich da bequieren. Was man hier sagt, haftet sich gut bequiert im Zentrum. Aber nicht, man hat ihn da lange geblieben. Das ist in unsere Macht. Wir werden ihm so lange holen, wie er budgett ist. Weißt du, das ist nichts, das Gott schafft. Wir brauchen das Ding loszuladen. Und das ist ein schwere Ding für alle. Wir haben das erlebt. Das ist unsere Dachte, mal an die Hürden, und wir. Wie viel kommt es um ein? Ich bin in eine Schule gekommen, und in eine Schule hat er so ein großer Trouble mit dir, und ich bin der Leer, dass ich mich anleerde, um die Schule zu stoppen. Meine eine Dachte. Da bin ich ein anderer mit ein. Unsere ganze Familie, er hat. 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 Es wird uns einig werden, mit der Familie. Aber wohl, die kleine Kinder, die wir auch nicht merken, und die wir die andere nicht merken, werden wohl, wir würden fasten, von der an. Wir würden nicht eten, und beten. Die am Errag. Dann braucht es Hoff. Wie dreht uns weg von diesem Trouble, noch Gott. Gott, du weißt. Das, was wir erleben, wo die Gemeinschaft ist. Und weißt du was, das würde mich von diesem Gott leben. Diese Gemeinschaft ist so wundervoll. Wo wir brücken, wach der Chicken, von uns Troubles. Wir können dich nicht nehmen, Gott brücken dich nicht. Hörchen. Und das Hörchen, eerstens loslaten, wenn wir das Feuerding daunen, allein gönnen, ans Horte zu schlüten, und Tiet nehmen, dann sind da ein paar welche Dinge, die ich könnte wel mitgeben. Loslaten, und Hörchen. Viele von uns Menschen hörchen, nicht nur Gott. Wie beknühen am Blasen, wie bepracheren am Blasen, wie man muss Tiet nehmen, zum Hörchen. Das ist ja wie ein Beispiel nehmen von uns, die kleine China, weil die niemals hörchen. Die pracheren bloß immer. Was dauern wir? Das war in der Geschichte, wo ich mit meinem Bruder sie in Sein beleid, dann sind wir mal top schaafen, die wir sagen, ich weiß nicht was, drei, vier Jahre ist er jung. Und ich in die Stunde dann vertalte, wie wir top in den Arbeiten und da waren so ein Ding bereden. Und mein Kind kommt das Jung und fuht sie in Papa und die Bexelamp an, sage Papa, 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 Papa. Und ich sagte das all, ich muss so ein bisschen freundlich checken. So ist das in Sein Town hard. Und ich sagte das gut, dass ich grabbeld, was ich noch viel, oder was auch immer, und ich sagte das, Papa, Papa, die Town hard hat. Und da sitzt es wie Christus manchmal da. Und da war einmal sagt es in den Vorrat, war er da an, da war ich mit Schmister, der war da, und dann checkt er nach dem Jung und sagt, erwarte, oh, ich habe für jede war eine Frau. Ich weiß doch nicht, was eine Frau will. Er sagt, wie Christus ist dort mit Gott. Dort, wie stehen in Bracher, in Bracher, in Bracher halbens und halbens einmal. Und weißt du, was ich will, den Beispiel so melken, die Bracher schon beten, für die Seine, oder für die Tochter, die soll sich betieren. Und die sagt es einmal, Gott betiere, Gott betiere, Gott betiere, mal einmal, kommt ein Mensch und sagt, die Jung hat einen Motorcycle-Accident. Oh, was ist die Worten? Nu mal verranen. Dann antwortet Gott. Wollt ihr das an? Dass Gott noch mal eine antwortet hat? Und so sind dann viele andere Dinge wo Gott antwortet eben das. So, wir kennen eine Gemeinschaft, eine sehr dicht bei Gemeinschaft, wo wir brücken, ich sage, diese Klaas, diese Stoop, die Balance wegdrehen von der Erste auf, wo wir all diese Probleme durchgingen, und wir haben uns noch Gott drehen in Leben. Und da werden wir an denken, dass wir losluten. Und da werden wir